jo moin pyrus heute zeige ich euch mal meine online bestellung bei pyrowep die ich heute getätigt habe ich weiß ist ein bisschen spät aber es ging halt nicht anders hat so ein bisschen private hintergründe aber das habe ich für 121 euro genau online bestellt und ja da komme ich jetzt sage ich mal drauf zu also einmal habe ich den crackling ball in der dreierpackung für 295 pyrowart knallnachos habe ich zweimal einen 20er beutel für 79 cent dann habe ich einmal die funke sternrakete für 1695 die wollte ich unbedingt mal haben die rakete die raketen von funke dann einmal echo 100 schuss batterie das habe ich mir nur geholt für 2 euro 99 um so um auf dem warenmeer von 120 euro zu bekommen weil man dann halt ab 120 euro entfällt dann der sperrversand irgendwie sowas und ja dann habe ich einmal die funke goldblue batterie 16 schuss batterie für 9 euro 99 dann einmal die funke snow blind 25 also ja es ist natürlich für 25 schuss batterie für 14 95 dann einmal die purple crossett batterie für 16 schuss für 96 dann einmal die casu paria batterie von jorge 16 also von 16 schuss für 6 99 dann einmal die funke redblue 16 schuss batterie für 9 euro 99 dann einmal die servo lune oder wie die auch immer heiß für 9 euro 99 dann habe ich hier zweimal die baby raketen easy pack für 169 also insgesamt 33 38 dann habe ich einmal die blackbox blizzard rockets 25 schachtel für 7 euro 99 dann habe ich einmal zweimal die funke knallfrösche kaliber c in einem vierer pack für 1,99 also 3 auch 98 dann habe ich einmal die storm vierer das sind 1,59 dann die galaxy die schuss batterie schlag für 6er pack die single shot für 7,99 dann habe ich zweimal die stromfonteine weiß 3er pack für 1,99 also 3,98 dann einmal die florat 19 schuss batterie 9,24 dann einmal die stromfonteiner weiß 3er pack für 1,99 also 3,98 dann einmal die florat 19 schuss batterie 9 euro 24 dann einmal die 2 mal detonator 10 schuss batterie für 6,99 dann habe ich einmal 13,98 dann habe ich zweimal funke china bürger b für 2 euro 19 und 4,98 und dann habe ich einmal 15 prozent rabatt das sind dann minus 18,95 das ist ja von pyro extrem weil wenn man dabei pyro web einkauft kriegt man ja 15 prozent rabatt von denen und dann habe ich die versandkosten trotzdem mal die halt die entfallen ab 400 euro warenwert das kriege ich leider nicht hin das sind 6,99 und da bin ich bei einer gesamtsumme von 127,90 ist ganz ok ja genau jetzt kann man natürlich auch noch der einkauf geht ja auch noch was drauf da wollte ich euch mal zeigen was ich hier so einkauft habe beziehungsweise online bestellt habe und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal pyros und haut rein